Hi Leute, ich bin's für euer Crafter P von TheAllGamer2012, ich melde mich jetzt zurück von meiner Welt in Minecraft, da dritte Teil jetzt schon, ja, und wir wollen heute mal anfangen uns hier wie einen kleinen Garten zu bauen, ja, und dann geh ich jetzt mal rein, es hängt schon wieder ein bisschen, so wie eigentlich fast immer, so, ich hab schon ein paar Stäbe, okay, ich muss mal hier ein bisschen Tonleise machen, weil so wie das sich rein auf meine Kopfhörer anhört, ganz schön laut, so, ja, jetzt geht's, okay, machen wir mal gleich hier, also wie war das, nee, so doch nicht, so, nee, erstmal Holz machen, okay, hab ich alles, so, So, ja, war's, genau. Vier, ich hab ja noch. Ich wollte zwar alles 19, ja. So, ich will mir ja dann einen kleinen Garten bauen. So. 6. Und, äh, eine kleine Gartentür. So, das sind noch. So, mal gucken, dass es jetzt reicht, es wird hier schon wieder dunkel und ich hab noch kein Bett. Was passt jetzt hier? Was hab ich jetzt hier drin? Glas. Okay, wir machen. Die Wand lassen wir mal da. Ich müsste, äh, mal mir ein Schwert nehmen. Ich lass mal alles hier, was ich nicht brauche. Schöne Musik. Äh, ich müsste mal kurz eine kleine Pause machen. Ich melde mich zurück, wenn es hier wieder heller geworden ist. Bis gleich. Bis gleich.